Geld allein macht nicht glücklich, kein Geld ist auch keine Lösung, es gibt vieles, was der sogenannte Volksmund über die Verbindung von Glück und Geld zu wissen glaubt. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Das erfahrt ihr heute unter anderem bei so und so gesehen. Hat er gerade unter anderem bei so und so gesehen gesagt? Ja, ihr habt richtig gehört. Ich sage das so, weil dieses Video Teil einer Videoreihe ist und die Playlist zu dieser Videoreihe, die findet ihr, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, in der Infobox. In dieser Reihe stellen einige andere YouTuber und ich euch eine wissenschaftliche Publikation der Psychologen Dunn, Gilbert und Wilson vor. In dieser haben sie acht Prinzipien formuliert, nach denen man sein Geld ausgeben soll, wenn man dadurch glücklich werden will. Ich stelle euch jetzt das dritte Prinzip vor, das da lautet, gib dein Geld für viele kleine Dinge anstatt für wenige große aus. Gut, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was bedeutet denn klein? Das ist doch eine Frage der Perspektive. Und das stimmt. Allerdings geht es bei dem Prinzip weniger darum, dass etwas einen bestimmten Preis nicht übersteigt, sondern darum, welche Eigenschaften die kleinen Freuden haben. Man kann sie sich beispielsweise öfter leisten und sich öfter etwas Gutes zu tun, sagen die Wissenschaftler, macht in der Summe glücklicher, als es nur selten zu tun. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Gewöhnung. Je weniger schnell man sich an eine Freude gewöhnen kann, desto glücklicher macht sie. Das heißt, die Dinge, mit denen ihr euch eine Freude macht, sollten abwechslungsreich und überraschend sein. Dass viele kleine Freuden besser sind als wenige große, liegt auch daran, dass sich Glück nicht proportional zum Glücksauslöser vergrößert. Ein schönes Beispiel dafür ist, es macht nicht doppelt so glücklich, doppelt so viele Kekse zu essen. Mal abgesehen davon, dass beim Kekseessen irgendwann der Punkt kommt, an dem einem schlecht wird, macht es uns in der Summe glücklicher, wenn wir uns eine Portion Kekse auf mehrere Gelegenheiten aufteilen. Man kann das ganz gut mit Hunger vergleichen. Wenn man isst, dann wird man irgendwann satt und dann kann es cleverer sein, sich das restliche Essen für den Moment aufzusparen, an dem man wieder Hunger bekommt. Das Äquivalent zum Sattwerden in Bezug auf das Glück ist die Gewöhnung. Und so gibt es in unserem Keksbeispiel einen Punkt, an dem wir uns an die Freude gewöhnt haben und an diesem Punkt wäre es vielleicht cleverer, eine Pause zu machen und sich mit dem Rest der Kekse später eine zweite Freude zu machen. Es scheint auch eine Rolle zu spielen, dass die Dinge, die wir uns gönnen, für uns etwas Besonderes sind. Die Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass reiche Menschen, also solche, die sich öfter große Dinge leisten können, eher verlernen, die Dinge zu genießen, was sie wiederum weniger glücklich macht. Wie schnell das geht, konnten Wissenschaftler in einem Experiment zeigen, in dem sie Probanden Bildern von viel Geld zeigten. Der Anblick von Geld und die damit verknüpfte Vorstellung von Reichtum bewirkte, dass die Probanden eine danach gereichte Schokolade weniger genossen, als solche, die vorher kein solches Bild gesehen hatten. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen also nicht nur, dass es vor allem die kleinen alltäglichen Dinge sind, die uns glücklich machen, sondern auch, dass zu viel Reichtum unserer Fähigkeit, Dinge zu genießen, im Weg stehen könnte. Ziemlich verrückt, oder? Vielleicht sagt ihr jetzt aber auch, wofür braucht man da Wissenschaft? Das kann man sich doch alles denken. Und ja, viele Ergebnisse der Psychologie sind einigermaßen trivial und entsprechen unserer Intuition. Es gibt aber durchaus kontraintuitive Befunde in der Psychologie. Zum Beispiel, dass Personen langweilige Aktivitäten dann für attraktiver halten, wenn sie dafür eine geringere Bezahlung erhalten. Oder, dass Menschen, die ihre Umwelt realistischer einschätzen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, depressiv zu sein. Oder, dass je mehr potenzielle Helfer es in einer gegebenen Situation gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nicht geholfen wird. Außerdem gibt es ein Problem mit unserer Intuition. Wir neigen zum Beispiel dazu, mehrere sich widersprechende Dinge gleichzeitig anzunehmen. Zum Beispiel, gleich und gleich gesellt sich gern und Widersprüche ziehen sich an. Ihr seht, auch wenn psychologische Erkenntnisse manchmal etwas trivial erscheinen, sie sind es nicht immer und es hat einen Mehrwert herauszufinden, welche unserer Intuitionen sich mit wissenschaftlichen Methoden bestätigen lassen. So, das war's für meinen Teil. Das nächste Prinzip gibt's bei der Klugscheißerin. Sagt mir aber noch, was denkt ihr? Decken sich die Befunde der Wissenschaftler mit euren Erfahrungen? Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Diskutiert in den Comments, aber macht euch nicht unglücklich. Ich bin der Ben. Das war so und so gesehen. Das war's für mich.